So, Kenners. Let's go. Auf ein gutes Rennen. Vor uns wieder Pascal. Aus dem Chat, by the way. Hallo Pascal. Und ja, Russisch, da kommst du genau richtig. Schuss. Schuss. Okay. Und hier haben wir einen Freelo. Oh nein, ein paar Schauker-Ree vielleicht, oder? Oh nein, ein erstretter. 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 9. 10. 10. 12. 15. 15. 16. 16. 18. Oh, ich hab einen Krampf bekommen. War ja klar, dass Raoul wieder nur am Cheaten ist und nur am Usen ist wieder. Oh, mach langsam, Pascal. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, ich finde gerade so ein bisschen Flow Okay, ich finde gerade so ein bisschen Flow Die Jungs, die Dünge sind auch schnell Okay, ich finde gerade so ein bisschen Flow Komm schon Pascal, du kriegst Raul Ja, ich finde gerade so ein bisschen Flow Jawohl, schön Pascal Ja, ich finde gerade so ein bisschen Flow Ich muss jetzt eine Gap zu Pascal öffnen Da ist die Hälfte vom Rennen schon mal um Ja, ich finde gerade so ein bisschen Flow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was mach ich denn? Digga, warum krieg ich direkt Karma, wenn Raoul einen Fehler macht? Eieieiei, ich bin grad fast gegen die Hände gefahren. Eieieiei, also ey, ey, die sind jetzt weggeschmissen, ich hätte Instant Asset Recorder installiert für den Fehler. Aber so instant. Hehehehe. 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 Und beim Qualifying war noch nicht mal so gut. Ich glaub im Qualifying bin ich nur 18.3 gefahren. Hehehehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht passiert. Dicker, willst du mich verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst.